Und wieder einmal ist der Emuankir unterwegs zu einem kleinen Stück Paradies. Und das schauen wir zusammen an. Bitte schön! Nein, nein, nein! Und um genau diese Terrasseüberbauung hier geht es. Wir sind eines der schönsten Flecken der Erde hier in der Schweiz. Wir sind in Äsch, Kanton Luzern. 5 Minuten von hier ist der wunderschöne Hall-Wielersee, im Übrigen 5 Minuten zu Fuss, sprich 3 Steinwürfe davon entfernt, haben wir hier eine 5,5 Zimmer Wohnung. Die 5,5 Zimmer Wohnung wurde 2022 fertiggestellt. Warum? High End Materialisierung. Wir haben eine Wellness-Lase. Wir haben eine Wohlfühl-Lase, die alles bietet, was das Herz begehrt. Zu dieser Terrassenwohnung gehören zwei Aussenplätze, zwei Garageplätze dazu. Dann haben wir ganz viel Umschwung. Dieser Platz hier wäre perfekt preisliniert für ein eigenes Winging Pool. Im Moment steht hier die Aussensalna plus der Whirlpool. Dann haben wir diesen Bereich mit dem Wasserspiel, das natürlich für ein super schönes Ambiente sorgt. Und auf der rechten Seite hier haben wir natürlich genügend Umschwung mit schönen grünen Pflanzen und dem Spielplatz, der ideal ist für die Kinder, für sich so richtig auszutoben. Und jetzt Leute, jetzt gehen wir rein. So Leute, ich stehe schon in der Mitte drin in meinem absoluten Highlight. Und weil es mein absoluter Highlight ist, der Wohn-, Koch- und Essbereich, schauen wir diesen am Schluss miteinander an. Wir gehen hinterher. Zu meiner linken Seite hier haben wir unser Gästen-BC-Aldernstrumpft auf mit einem ganz schönen, modernen, klassischen Design. Die ganze Steimauer, die durch die ganze Wohnung durchgezogen wurde, sorgt für tatsächlich für wunderschöne Toscana Feeling Pool. Dann haben wir Zimmer Nummer 1 mit direktem Zugang zur Terrasse. Ebenfalls Zimmer Nummer 2, schön, hau, gross und ebenfalls mit separaten Zugang zur eigenen Terrasse. Leute, bevor wir in den Wellness- und Sportbereich kommen, schauen wir uns jetzt ein weiteres absolutes Highlight an. Und zwar, für mich Leute, so genau so, muss eine Master-Betterung aussehen. Bitteschön. Leute, 40 Quadratmeter. Ist das ein Master-Bedroom-Winner im Buchstein. Das heisst, wir haben wunderschönen, essgeholzes Parkettboden. Der Zugang zu unserer Terrasse hier mit gross angelegten Fensterfronten. Wir haben Toiletten und einen absolut fantastischen Wellnessbereich. Regendusche, Dampfbad, Wasserfalldusche. Hier schlägt Jürgen jedes Wellnessherz Höcheln. Und jetzt kommen wir zu unserem Sportbereich, wo man nicht immer nur geniessen kann. Man muss ab und zu etwas für das körperliche Wohlbefinden tun. Hier haben wir einen Bereich mit der Infrarotsauna mit genügend Platz für so hochsportlich ein wenig zu betätigen. Und jetzt gehen wir weiter zu einem weiteren Highlight. Auf meiner linken und rechten Seite haben wir genügend Stauraum. Perfekte Platz für Wäschmaschinen und Tömbler. Aber das ist nicht mein Highlight, das ich zeigen wollte, sondern das kommt jetzt. Was versteckt sich hier? Liebe Leute, wie viele Zuhaime verfügen tatsächlich über ein eigenes Home-Cinema? In der ganzen Wohnung ist das Soundsystem bereits eingebaut. Und jetzt gehen wir zu einem persönlichen Favorit. Wir gehen in unseren Wohn-, Ess- und Kochbereich. Von der Terrassen direkt in den Wohnbereich. Hier zu häkeln. Dem Wasserspiel zuzuhören. Harmonie pur. Genügend Platz bietet es auf meiner linken Seite für ein Esberei. Als absolute Highlight kommen wir zu unserer Schreinerküche. Mit Induktion. Teppan-Jacke. Genügend Stauraum. Grosser Kühlschrank. Meilengeräte. Kombigeräte. Wärmeschublade. Alles ist hier vorhanden. Dann haben wir in der ganzen Küche den Soft-Close. Mit einer unglaublich genialen Aufteilung und Ausnutzung des Platzes. Ebenfalls haben wir den Zentralstalbsauger. Wir können anschliessen und das ganze Haus wieder auf Vordermann bringen. Leute, und nach der ritzigen Präsentation gibt es Leute Schönes für mich, alles hinzucken und ein Glas kühlen Wein trinken und die Abendsonne geliehen. Und Leute, zusammenfassend, heisst das? Wir sind hier in Äsch. Eine wunderschöne 5,5 Zimmer Terrassewohnung. 214 Quadratmeter. Wohl viel Fläche. High-End-Produktion. Leute, mein Name ist Anker. Ihr Saschen-Marg-Anker von IMMO-Anker. Und ich freue mich extrem, das wunderschöne Objekt euch persönlich vorstellen. Mit diesen Worten, ihr Lieben. Tschüss zusammen. Bis bald. Und nicht vergessen. Einige Anker. IMMO-Anker. Tschüss zusammen. SLU-Anker. Tschüss. 整